so kannst du ganz humanity mit uns einen dreien von team space space hallo du bist kann du darfst gleich aussuchen welche karte am witzigsten ist das weißt du ja ja du kannst die karte auch vorlesen zeus berief seine familie ein weil er lücke zurück wollte bei der lücke zurück wollte er wollte lücke zurück zu mir okay okay ich muss in die karte das ist eine gute karte vielleicht sollten wir an machen dass man bei den settings habe ich dann muss man nämlich aufklicken und dann sieht man die nicht direkt das glaube ich mir das besser das musical kommt die saison auf den broadway das musical kommt diese saison auf dem broadway das ist kein time limit oder also beim kartenhaus so gut ich habe das hier und macht die karte weg ich glaube ich kriegt man jede runde neue karten im allgemeinen ja du hast immer zehn auf hand und falls die welche nicht nein du hast du kannst die die x weg klicken wenn du den ich haben willst die karten und dann sind die für diese runde weg und nächste runde wenn du neu dran bist kriegst du dafür neue karten ok 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 also kann ich so scheiß karten ich nicht witzig finde einfach wegpacken genau so spontan menschlicher selbstentwicklung das musical kommt aber ok also bei beiden sachen frage ich mich welche geilen songs gibt es da mit so geilen dance einlagen vom sperma alter muss sperma sein alter so ein haus leute verkleidet als spermium die da erstmal über die bühne rennen und irgendwie sind es gibt so was ist safe ich das ist kunst high five bro ja mal das musical alter also schwule gedanken der ist gut und wozu auch nicht wozu ich auch noch ein high five gebe ist ein arsch schicken mit langen gang die sind bald beide gut Liebe, wahre Liebe, übertriebene Liebe, Blasen, Schlucken und Lücke. Und Lücke. Und Lücke. Ich glaube, die Zahlen, die da standen, waren, wie viele weiße Karten in dem Ding drin sind und wie viele schwarze. Das kann sein, das kann sein. Du musst dir die Karten mal vorlesen lassen, weil der Vorleser denkt, das wäre Englisch und spricht das richtig witzig vor. Liebe, wahre Liebe, übertriebene Liebe, Blasen, Schlucken, Sabine. Sabine hat gewonnen, die habe ich selbst geschrien, wie ein Ries. Dachte ich mir fast. Sabine. Sabine. Basti, du bist dran, ne? Ja. Wohin würdest du gerne entführt werden? Ich hab halt... Du kannst auch eine selbst schreiben. Ja, aber dann hab ich nur noch... Dann hab ich keine Blankhand mehr. Außerdem fällt mir grad nichts witziges ein. Also Sabine wird halt gehen, aber... Ähm... Ja, komm, nehm ich das. Wenn ich gerne entführt werden würde, bla bla, an einer Feministen-Demo teilnehmen, weil es nur zu viele Nackte-Kitten zu sehen gibt. Erst mal ein paar Fotos machen. Ja. Erst mal ein paar Fotos machen auf der Feministen-Demo. Das hätte ich schon fast Nackt-Demo gesagt. Basti, du musst das ein bisschen besser, ne? Du musst ein bisschen optimistisch... Oh Gott, drei Karten. Knoten, mh, ja. Eine Kreuzung aus, mhhh und, hmhm...! Gut, jetzt möchte ich eure ganze Kreativität sehen. Spüren. Wer Sabine hat, der gewinnt. Habt ihr gute Karten? Ich habe random Karten gedrückt aus Versehen. Helfer-Syndrom, eine Kreuzung aus gigantisch mutierten Kakerlaken und Kamelfleisch. Herzerwerbende Waisen, eine Kreuzung aus Osama Bin Laden und Angela Merkel, eine Kreuzung aus Osama Bin Laden und Herzerwerbende Waisen. Das ist ja nicht noch besser. Lücke, stell dich nicht so an. Stell dich nicht so an. Stell dich nicht so an. Also ich finde es witzig. Mal gucken. Etwas, das aussieht wie ein Nutella, aber anders schmeckt. Das ist echt widerlich. Inzest wird nur noch in den Inzesten geschüßt. Stell dich doch nicht so an. Leon stellt sich aber auch immer an. Ich glaube ich nehme Nutella. Echt? Ich hätte die Inzesten genommen. Alter. Alter, Inzest ist ja richtig gut. Also ich hätte die Inzesten genommen. Wenn ich groß bin, möchte ich werden. Das ist schon geil. Mir fällt aber auch nichts ein. Oh, einer noch? Ja, ich. Wer ist es noch? Man weiß es nicht. Komm die Klasse. Oh Mann. Ich habe keine Karte dafür. Ja, das ist ein Burn. Zack, zack, zack. Basti, du bist dran, ne? I'm sorry. Wenn ich groß bin, möchte ich Gesetalismus werden. Okay. Wenn ich groß bin, möchte ich eine B-Fail werden. Die sind halt beide schon kacke, ne? Papa, Papa, ich möchte eine B-Fail-Rolle werden. Er meint so, steck deine Hand da rein. Steck deine Hand in den Mixer. Ah. Ja, okay, das war jetzt nicht die beste Runde, muss man sagen. Papa, Papa, Papa. Beim ersten Date mache ich die Weibe erst mal mit, gefügig, und ficke sie danach richtig durch. Oh Mann, die Karte alleine ist schon witzig. Und ficke sie danach richtig durch, Junge. Richtig durchgemischt, oder? Ja, Junge, Junge. Junge. Beim ersten Date mache ich die Weibe erst mal mit, erregt sie danach richtig durch. Außerdem mache ich die Weibe erst mal mit, erwachsenen Windeln gefügig, und ficke sie danach richtig durch. Komm, komm. Erregt hier alle. Ja, ja. Das ist halt, also die Karte ist halt schon, ne? Ja. Die Karte ist halt schon stark. Ja, ist eine starke Karte, ne? Das ist eine starke Karte. Die Menschheit ist zwar, hm, aber, hm, hat sie hinbekommen. Was? Die Menschheit... Oh. Ich hab hart gedähten. Du bist so schmack und nö. Stink nur jemanden, boys. Boys? Ähm... Ähm... Okay. Ähm... Oder, warte mal, das... Ja, ich weiß nicht. Ja, okay, komm. Also, die Menschheit ist zwar in einer Mülltonne leben, aber heißer Lesbenhentai, diesmal wirklich Juri und Eis, hat sie hinbekommen. What the fuck, Alter? Ähm, die Menschheit... Die Menschheit ist zwar erotische Harry Potter-Geschichten, aber Tonnen von Pantyshots von in einer jährigen Schule, ich... Oh, oh... Ach, sie hinbekommen. Geht in die gleiche Richtung, würd ich sagen. Mmh... Ja. Heißes Lesbenhentai. Ich glaub, ich muss, äh, das Linke tatsächlich nehmen. Weil ich mir nicht sicher bin, wie man... eine erotische Harry Potter-Geschichte ist. Die Menschheit ist halt eine erotische Harry Potter-Geschichte. Blöpp und... Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. What the fuck? Ich... Ich nehm' mir das hier. Aber ich bin... Oh Gott. Wundherb ist einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Oh... 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 Kinder aus Freiland... Oh... 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 Neue Folge. Hau rein, bis zum nächsten Mal. Tschüß! 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 Tschüß!